So, herzlich willkommen euren freund ich hoffe ich habe heute einen besseren tag denn ich werde immer rausgevotet wenn ich die leichen reporte deswegen reporte ich heute gar nichts. So ich reporte nichts mehr. Dann werde ich jetzt auch immer sagen ja ich habe die leiche gesehen aber ich reporte nicht mehr. Das sage ich denen gleich wenn gleich jemand tot ist. Ich sehe ihn sogar aus dem fenster. Er liegt vor dem. Kann ich jetzt? Ja. Lukas ist ein Poster hat Kies gefakt obwohl keiner Kies hat. Ob du es mir jetzt glaubst oder nicht, ich wusste das, dass keiner Kies hat und ich habe mich da auch ungünstig hingestellt. Ob du es mir jetzt glaubst oder nicht, aber ich dachte mir, da nach der Scheiße wird doch endlich mal irgendwer stacken, ja. Deckeln. Was? Weiß was ich meine. Wenn tausend Leute aufeinanderstehen und jetzt stacken, dafür reicht der Kick oder nicht. Lukas du kannst am Anfang nahezu. Ja, keine Ahnung. Ich bin nicht in Poster. Ich habe keine Ahnung was der Kicklschicht. Du warst doch dreimal, du müsstest es wissen. Können wir denn vielleicht nur über Aron reden, der vorher next geklickt hat. Tja. Aron ist tot. Was für ihn über Aron reden. Du hast doch gesagt. Hallo Lukas. Du hast ja gesehen, dass lexi in den Bauch mit reingepflanzt worden ist. Lexi hat sich losgetauscht. ne? das ist auch schon 6 gelaufen. lexi und ich meine, ja. ok, danke. also Conny, Knut und ich hättens glaub ich echt nicht sein könnten. also ich hab jetzt gleichsgegangen. Das ist aber auch gesagt. Ich hab'n dilemma, denn Lukas war gerade SARS fuck, aber Lukas ist auch behindert deswegen kann es vollkommen sein. Ich habe ja keine Ahnung ob man jetzt inserten kann oder nicht. Ich habe darauf einfach nicht gewöhnt. ich dachte mir gerade so scheiße macht das genau das habe ich mir gerade gedacht alle drei sonst würdest du ja sterben hat sich ja freundlich aber man muss doch ich dachte mir das macht es nicht in die soße in die soße statt der große stellt die straight aufs modest ich habe jetzt gerade überhaupt keine ahnung wer es sein könnte die labern alle immer so viel labern immer müll und tschüss geht mal weg von mir bleibt bloß weg ich geh jetzt da hinten rein und da will ich in ruhe gelassen werden bitte lasst mich in ruhe bitte bitte ich muss hier weg sehr schön sehr gut wo lichter gehen wieder aus das soll uns aber heute egal sein 8 19 ich habe dragons dogma oder sowas zu ende gesehen auf netflix ist ein anime also ich muss sie nicht nur mal sehen so ich fand den nicht so toll es gibt auf jeden fall bessere oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich muss hier weg so leute ich war rechts unten in diesen kasten ne marco kam mir entgegen dann bin ich an ihm vorbeigelaufen und dann ist er instant hinter mir her gerannt obwohl er unten nichts gemacht hat also das war für mich sehr sehr verdächtig ich wollte es nur anmerken ich werde es gibt da unten und das geht mal von augen ich vertraue wo wird da wer meinst du es ist ich meine mann wo ist es aber ist gibt woche weil Wer hat dich verfolgt, Moritz? Keiner. Lukas? Ahhhh. Wer hat dich verfolgt, Moritz? Alle. Alle. Wer hat dich verfolgt, Moritz? Keiner. Marco? Ich hab wer dich verfolgt. Phoebe ist Marco. Der ist ja auch an dir vorbeigelaufen, Marco. Es müsste Marco oder Magnus sein. Oder beide. Keiner macht die ganze Zeit... Was für alle? Ich sag, ich hab da skippt, Marco. Ja, Moritz. Die Leute, die skippen, die sind es selber. Du musst es ja so sehen, wie sie sind. Ja, dann kann ja sein, dass du Sechstein mal geschieht. Ich bin jetzt Lexi. Klaus so böse. Lexi, sagst du? Ich vertraue dir, Knuddy. Heute gibt's immer noch auf dem Welsrekord. Okay. So, jetzt wissen alle, dass Marco... Verdächtig, ey. Der ist abgeschmiert. Äh... Marco verdächtig ist. Halbe Geschmacht werden weiter gewonnen. Ach ne, er geht mir schon wieder hinterher. Ich geh weg. Ich geh weg. Geht's nach links. Hallo Simon, ist die Tür da nicht auf, oder was? Was ist das denn? Als ob die da nur so lange braucht, so wenig braucht. Ist er tot? Muss mal eben hier reingucken. Ne, er lebt noch. Okay. Okay. Der ist aber auch komisch hier, der Magnus-Typ. Also ich glaube, es sind die zwei Ms. Ich glaube, es sind die zwei Ms. So. Machen wir hier mal eben die Kabel. Die Kabel. Den Kabelsalat. So. Muss ich einmal hier rein? Ne, hä? Bin ich blöd? Achso, hier oben muss ich rein. Hier oben. Piep. Biep. Bap. 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 Sehr schön. Sehr schön. Ich muss ja eigentlich gar nicht hier hoch. Egal. Wir gucken mal eben. Da ist Conny. Da ist Conny. Aha, wir müssen da rein. Okay, nur Lukas ist auch da. Ich muss tatsächlich auch hier dran. magnus die schleuse ganz oben die schlose nach oben rechts umrecht vor der schlose also letztlich das verwundert mich weil ich war ich da oben bin darunter in contamination rhein war alles leer und ich dachte jemand wäre hinter mir doch vor der tür gesteckt ist bei simon gewesen auf jeden fall ich habe richtig gesehen ich habe ich habe gesehen ich habe ich hatte sie mal aufgaben gemacht und rechts habe ich gesehen ja ich habe ich leider nicht einfach dann was soll es wenn du es nicht gewesen ist dann habe ich keine ahnung und wo war marco sechs sie hatten ja nur zwei sekunden ich ein atmen gegen dann nach links dann habe ich oben konnie gesehen dann bin ich zu die ende war ich dir am admin tool dran am admin tool interessant ok also mark wird immer verdächtiger für mich aber das ist magnus nicht gewesen ist dass das wundert mich tatsächlich ich muss jetzt hier noch mal dran ist dass ich verkackt habe zag 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 sie waren ich muss jetzt nach da oben wo eigentlich immer alle sterben ist nicht so cool und jetzt ist auch noch nicht aus. Oh Gott, da war jemand. Weißt du? Wir pranken ihn. Schon so, als ob der da ist. Boah, ich hab hier immer Angst, dass hier jemand aus dem Loch springt, ganz ehrlich. Oh Gott, das Lexi. Hilfe. Lass mich bloß in Ruhe. Äh, oh Gott, da ist er. So, nebst du noch? Oh, warte, was? Geht ihr da hinten rein? Hä? Oh nein. Was für über. Ich gucke zu, Leute. Ich gucke lieber zu. Ich vertraue Marco nicht. Das ist ganz, ganz kriminell hier. So, ich geh weg. Ja, 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 okay. Ach nee, also ich geh auch hier hin. Es ist nicht, Simon. Baby und Granger und ich sind seit der, seit der Schleuse, als wir rausgegangen sind. Also kurz danach dann zu drücken gelaufen, also. Ich kam gerade unten von diesem Baum-Ding da, bei O2 ist das doch, oder nicht? Ja. Und dann wollte ich gerade da rumgehen, zu diesem Seismating, und dann lag der da auf dem Gang Richtung Electric. Ich würde sagen, dass Conny. Ich war die ganze Zeit Licht, und dann, als es nicht anging, äh, also ich hab's endlich wieder angemacht. Voll in der Luft? Ja, ich hab jetzt gerade meine erste Aufgabe gemacht. Ich hab meine Rhyrus. Ich bin noch zwei. Ich bin noch zwei Aufgaben. Aber Simon ist zunächst self. Ich bin die ganze Zeit bei Simon gelaufen. Ich hab Braindran 4, wie fast die ganze Decke ist. Ich weiß natürlich nicht, wie lange der davon liegt. Ja, fast. Also 20 Minuten, Simon Settel fertig. Nein, ich bin zwei Aufgaben. Ich bin durch. Ich muss noch eine Aufgabe oder so machen, oder ich bin fertig. Ich bin nicht ganz sicher. Jo, falls er fertig kommt, es kommt einfach zu mir, dann war ich auch ja. Ja, ich... Aber nutzt es halt. Ich bin da, wo ich immer bin. Ja, ist jetzt geskippt? Windcare ist eigentlich da, wo ich immer bin. Naja. Ich hab was gekippt. Ich hab mich geskippt. Er könnte mich natürlich auch rausrunden. Kein Problem. Nee. Oh. Marco, also? Die, ich brauch mich jetzt ein Rhyrus machen. Tja, ich sag, seit der ersten Rolle, sag ich Marco. Und ich bleib dabei. Oh fuck, wir haben jetzt zwei im Rhyrus. Das war's, weil ich den gelaufen jeden langlaufen bin, Mann. Ja, vielleicht hast du jetzt nicht den getötet, aber vielleicht den ersten. Aber ich hab noch den rum. So, erstmal die kacktür hier wieder öffnen. Hey, warte mal. Wo, wo muss ich? Nee, ich muss hier hin. Ich muss das hier machen. So, ich hoffe, mich tötet jetzt hier niemand. So, ich bin fertig. Ach nee, doch nicht. Ich bin doch noch nicht fertig. Ich muss noch nach hier hinten. Ups, sorry Leute. Ich wollte nicht wülpsen. Jetzt bin ich fertig, ne? Ja, jetzt bin ich fertig. So, wo sind denn meine Kleinen? Wo seid ihr? Wo seid ihr Kleinkinder? Äh, seid ihr hier hinten? Alter, Mann. Boah, diese Tür immer. Okay. Oh, da wurde jemand gefunden. Oh, mein Gott. Es ist wirklich führbar. Ich glaube, es ist viel, wie der so dann so wie geflasht ist. Es habe. Äh, wait, pass auf, pass auf. Ich war nicht auch und mit Conny und... Hä, ich war doch grad bei Knut? Ja, pass auf. Entweder, ähm, wait, Knut ist auch tot. Ja. Okay, dann würde ich sagen, es ist einer entweder... Ich glaube, Lukas und Marco sind. War das ein Dabal-Kir, Conny? Nein. Find's nicht. Nein. Es ist kein Dabal-Kir gewesen. Lexi filme ich und Simon waren in einem Raum. Ich habe sofort gespammt, aber keiner von denen hat uns beide getötet. Das heißt, es war nur einer ein Poster. Das heißt, einer von euch anderen beiden muss auch ein Poster sein. Ja, lass uns jetzt erstmal Marco rausvoten. Warum denn? Warte. Es kann auch Lexi sein, aber Lexi macht's nicht. Nee, nee, ich sag von der ersten Runde, es ist Marco. Wirklich? Ja. Wo ist denn du gerade eben bei Knut warst? Es ist nur so gut, du und Conny sammelt. Ihr bei mich eine zweite Runde... Ja, ich kann's sein. Genau, weil ich die ganze Zeit... Ich war die ganze Zeit bei diesem scheiß Elektrikass. Ich bin nichts. Also, Knut war ganz rechts oben. Ja, wenn du hier bei Knut warst... Marco ist jetzt... Marco ist jetzt safe, ja? Nein? Wie hab ich safe? Doch, doch! Marco ist safe. Lexi, jetzt vote Marco. Warte safe? Ja, Conny und Moritz machen ihr Double Team, Alter. Ja. Ja, wäre natürlich scheiße. Dann hätten wir einen Postreiber. Aber es mind-müttert sich keiner. Jupp. Damit war Marco ein. Sag nicht, das war Marco. 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 Äh... Ja, war heiß. Aber dass ich ges... Also... Wenn das nicht ist, dann ist das spät. Aber ich hab die, glaub ich, sogar gesehen, wieder da so... Wenn man ja nicht direkt daneben steht, dann flasht man da doch so hin. Achso, ich bin dann fertig. Ja. Knut, bist du tot? Ja. Ich schick dir meine gleiche Aufgabe, ich muss einmal drüber gucken. Äh, ich fang kein Wotter. Äh, ich fang kein Wotter. Mir egal. Ich hab mich nach deiner Meinung befragt, weißt du. Ah. Na gut, dann stehen wir hier auf Kai rum. Puh. Da, 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 da. Ja, und jetzt? Wollen wir Lukas nicht einfach voten? Geht ihr da hinten mal? Ich geh hier hinten hin. So. Gut. Okay. Lebt Conny noch. Lebt Conny noch. Lebt Conny noch. Warte. Da. Ja, okay. Moritz, du weißt es, oder? Nee. Also ich glaube, es war Lex. Also wie unlucky ist es, dass ihr zu zweit einfach dann gleich da in die Richtung... Ach ne. Ja, wir wussten halt, wo Conny war. Ja, wir wussten. Und du läufst da, ja. Und da. Ja, ja, also. Auf geht's. Ja. War ja klar, dass Markus... Ja, ich bin erstmal weg bei, 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 bei Among Us. Ja, ich bin auch weg. Warte, stopp. Es war Lukas und wer jetzt? Marco. Marco. Ja, ich hab Marco doch hinflaschen sehen, sag ich doch, Mann. Ja, darum ging's dir nicht mehr. Es war ja halt klar, dass es war. Ja, echt, man. Seit der ersten Runde war es klar. Das war ja klar, dass es Lukas war. Ja, es war... Das stimmt, das stimmt. Das war auch ganz gut. Ja, okay, schon, aber... Ich dachte, okay, das ist so doof. Gigi hat Spaß gemacht. Ja. Tschüss. Tschüssi. 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 Wer macht noch für eine Runde? Ich mach noch eine Runde mit. Oh, ich mach noch eine Runde mit. Sie können... Na, für sie könnten wir Raumschiff machen. Ja, Raumschiff ist scheiße. Doch, Raumschiff ist gut, weil Raumschiff kann... Und dann merken wenn noch eine weitere Schmache. Esışte wurde vor D.